Wir haben uns ein Stück Schlauch besorgt und versuchen heute das Formstück zu ersetzen mit dem Schlauch und zu reparieren. Kombinat ist ausgerückt, Werkstattwagen vor Ort. Letztes Mal Pause. Jetzt sind wir noch mal wieder ein bisschen wassernah. Jetzt sind wir 150 Kilometer gefahren. Das übliche, es tröpfelt noch, aber wenig, minimal, dass er Wasser hinein kippen kann. Hm. Um, um, um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um.